so mikrofon viel zu weit weg ich bin auch wieder ein schussel marvin komm mal wacker nach schalke marvin ja schalke wohl kurz davor wie es aussieht von sky news und anderen quellen marvin piringer würzburger aber steht bei freiburg umfeld oder irgendwie sowas ja 21 jahre jung ja steht bei würzburg unter vertrag in der zweiten bundesliga saison 20 21 20 spiele sechs tore also gar nicht mehr so schlecht ja finde gut die eigentliche sache ist aber nicht vergessen gleiches late night 23 uhr wer lust hat gerne vorbeigucken und ja dann sprechen wir darüber dass was weiß ich eheprobleme in in gersenkirchen und nationalmannschaft jubi löw superheld unsere nationalmannschaft alles helden alles super ok also bis 23 uhr wenn ihr bock habt und glück auf